servus wie fange ich am besten an also kanalbau ist soweit fertig da haben wir jetzt die letzten tage die rohrleitung gelegt und wie gesagt der anschluss oben auf der autobahn direkt der fehlt noch das müssen wir dann halt in der nacht machen aber der schacht der da vorgesetzt wird also der letzte schacht bevor wir dann die anbindung auf dem bestand herstellen der fehlt noch der muss noch geliefert werden und sobald dann eine sperrpause eingerichtet ist und alles drum und dran wird dann da die verbindung hergestellt ja hier nochmal der blick auf den schacht ja das sollte euch aus dem letzten tagebuch bekannt sein hier ist jetzt soweit auch alles angefüllt der schacht ist angefüllt der schacht ist angefüllt und der da hinten auch wir sind jetzt auch einmal schon durch die autobahn auffahrt durch das kann ich euch ganz kurz zeigen hier kann man die stelle erkennen wo wir mit dem kanal durchgegangen sind das ist quasi von dem schacht finden wir da ungefähr zwischen diesen beiden banken die da stehen darauf binden wir dann noch an das ist jetzt nur noch ein lückenschluss ich glaube neun meter kanal oder so was müssen das sein die dann noch zu legen sind also das wird dann halt wie gesagt so ein paar stunden eine aktion in der nacht und ich habe heute angefangen für die auskofferung vom becken das hier oben randbereich kann man denke ich ganz gut erkennen hier kommt soweit ich weiß später auch noch ein weg drumherum das ist jetzt quasi hier das erdplanum und hier links hier sieht man es das ist dann das becken die kante hier oben die muss so sein hier kommen später noch eine eine kdb so eine kunststoff dichtungsbahn rein die wird dann quasi die böschen hochgelegt und oben in diese auf diese ecke quasi die jetzt hier sieht darauf eingebunden das wird später noch so ein kleiner wie soll man sagen so ein kleiner graben wo die wo die dann festgelegt und eingebunden wird das becken ist noch nicht ganz auf tiefe ich muss da noch ein bisschen tiefer also ungefähr von dem was sie hier oben sieht muss ich so 2 meter 80 tief auskoffern das wird jetzt nächste woche alles passieren ansonsten sind hier halt noch die reste von von der überfahrt denke man kann es erkennen hier fehlt noch der oberboden das muss ich nächste woche auch noch machen die leitplanke da oben seht ihr ist auch wieder drin also es tut sich ein bisschen was nicht so dass wir gar nichts machen hier kann man auch noch mal lieber schon ganz gut erkennen denke ich sieht jetzt noch nicht so ganz final aus also das ist erst mal ausgebaggert dass ich ungefähr weiß wo ich hin muss dann die böschen noch mal ein ein bisschen schier ziehen und dann passt das muss sagen also der ich habe ja einen 2 meter 40 breiten graben räumlöffel an dem bagger dran das ist ziemlich cool wenn du so flächen abziehst oder gerade böschung machst aber sobald du so wie hier eine böschung hast die halt eine rundung hat und man kann quasi nicht normalerweise wenn man sowas macht steht man halt hier mit dem bagger und zieht die so über die ecke also wenn das jetzt die schaufel ist nimmt man die somit um halt diese rundung die in diesem modell gegeben ist schön mit auszumodellieren es war jetzt hier nicht ganz so einfach so machbar ich musste das halt quasi ich stehe da drüben und ziehe das dann so von der seite weil der löffel halt so breit ist kann man die die rundung nicht ganz so schön aus modellieren das ist so der nachteil kann man schon sagen so ja das so der einzige nachteil den ich jetzt so ein bisschen an dem löffel bemerkt habe für mich selber also der löffel ist nicht schlecht das würde ich damit nicht sagen nur es geht mal darum und wenn man so diese filigran böschungs wechsel die man halt öfter mal hat aus modellieren will dann kommt man da relativ schnell an die grenzen baubedingt hier die böschung das ist ja schon alles mit oberbrunn angedeckt man sieht jetzt auch die wirkung von dieser spritzbegrünung also das ist jetzt jetzt muss ich lügen zwei wochen zweieinhalb wochen her oder so ich bin mir nicht ganz sicher und man sieht halt es wächst an der grund warum man das macht ist halt das sind ja so das rasen kann man das ja nicht bezeichnen auf jeden fall sind das schnell wachsende pflanzen und warum man das macht ist halt die wurzeln ja und diese verwurzelung die sind jetzt hier noch relativ klein mit der mit der begrünung einer böschung will man halt erreichen dass die dass der oberboden der da dran ist diese 20 cm ziemlich schnell begrünt also bewachsen sind und wurzeln weil die wurzeln sorgen dafür dass quasi wie so ein netz wie so ein verbund im boden entsteht und dann ist halt wenn man jetzt mal wieder ein starkregen ereignis hat oder so die gefahr wesentlich geringer dass die böschung ausspülen und rutschen und sowas deswegen begrünt man die halt relativ fix aber was ich euch eigentlich zeigen wollte hier unten machen wir noch mal einen durchlass gelegt durch die auf diese auf die rampe von dem becken sieht man ja hier auch ein wöschungsstück auf der anderen seite das gleiche normal hier muss ich dann auch noch wie gesagt einmal ein bisschen aufräumen oberboden wieder andecken dass noch mal den letzten schliff machen das ist alles auch schick ist und dann kommt von hier quasi die richtung noch noch eine mulde also ein graben graben kann man quasi sagen wo dann das wasser lang fließt das ist die andere seite hier auch wieder ein böschungsstück also das wasser läuft dann hier einmal durch da drüben dann durch die mulde und da wurde wo unsere fahne ist da ist dann bestands graben da läuft das dann rein und dann muss ich noch von hier komplett hier runter einmal hier überall längst auch noch eine mulde ziehen die mulde geht dann hier an dieses böschungsstück auch noch vorbei also da drüben ist das andere böschungsstück da kommt die mulde wie gesagt hier so längst geht hier dran vorbei und dann hier noch weiter und bis dahinten da irgendwo da ist auch noch mal ein bestandsgraben und da wird dann auch noch mal angebunden das muss ich dann nächste woche auch noch alles machen oder vielleicht darüber nächste woche je nachdem wie ich das schaffe priorität ist jetzt erst mal das becken dass wir das auf auf erdplanung alles ausheben und die böschung die ziehe ich immer von der seite weil das einfach vom arbeitsablauf einfacher ist als wenn man jetzt von der seite die böschung so schräg mit einem löffel zieht also einfach zum 90 grad winkel zum modell stehen und dann kann man hier die böschung ziehen wie ihr hier seht hat die böschung ein paar also böschungswinkel wechsel und dadurch ist es halt auch wesentlich einfacher wenn ich die vor kopf ziehen um da ranzukommen muss man erst mal als erstes hier oben so sage ich mal freiraum schaffen ja erstens dass man da freie sicht drauf hat und zweitens dass sonst rutscht das material halt immer wieder nach unten also das wichtige ist halt dass man den richtigen winkel hat also den richtigen abstand zur böschung die man zieht mit dem bagger weil zu weit weg steht muss man alles mit langen arm machen und wenn man zu dicht dran steht dann ja baggert man sich quasi ist sprichwörtlich den den ast auf dem man sitzt weg ja weil dann rutscht der sand unter der kette weg und dann kann es sein dass der bagger halt in die böschen rutscht deswegen muss man darauf achten dass man einen vernünftigen winkel hat und ich gehe jetzt mal bei jetzt ist ja gerade ein schlepper da jetzt gucke ich so dass ich hier grob 20 zentimeter über dem über dem eigentlichen einschnitt bin und nehme erst mal so grob die sandmassen weg so dass der trecker halt immer quasi volle löffel kriegt also dass der zügig beladen wird und dann auch gleich wieder durchstarten kann das ist so quasi so meine rangehensweise das klappt natürlich nicht immer also wenn man jetzt jetzt bei dieser strecke sagen wir mal die trecker haben sich an ampel gesammelt und da kommt drei stück auf einmal und du musst nach dem zweiten schlepper schon anfangen mit mit planum nachziehen dann müssen die halt mal eben bisschen sich gedulden oder dann dauert die beladung halt nicht zwei minuten sondern vielleicht fünf minuten aber das ist das ist alles kalkuliert also ich bin ab jetzt hier fünf oder sechs schlepper im umlauf ich komme da locker gegen an also den stress die macht man sich im prinzip dann immer nur selber so wie jetzt seht ihr jetzt ist er weg jetzt schubst ich mir so ein bisschen den sand hin dass ich das sehen kann dann habe ich hier drüben mein fertigen ansatz da fahre ich dann eben mit dem löffel wieder ran und lasst den löffel so einen guten drittel sag ich mal überstehen sondern seht ihr da drüben am modell ihr seht es wahrscheinlich besser als ich man muss es jetzt immer mit einem auge machen da seht ihr dann ungefähr wie ich hier abziehe also das ist halt auch sand und dann ist zum abziehen immer ein bisschen ungenedig wenn ich ehrlich bin weil das ist so ich sag mal jeden jeden zentimeter die man da so ein bisschen mit dem löffel so ein bisschen so eine schwimmende position hat also wo man nicht gleichmäßig gerade zieht die siehst du den siehst du halt sofort in der böschung bei festeren material so bindigen böden oder lehm oder oder gewachsenen böden die ein bisschen ja die halt bindig sind ist das abziehen wesentlich einfacher weil man das bagger das merkt man halt dass da so ein gewisser widerstand am löffel ist weil hier bei dem sand bin ich ganz ehrlich das ist so ja da muss man schon ein bisschen ein bisschen auf die feinheiten achten also ich mache das immer so wie jetzt ich ziehe halt immer man kann auch wenn man das jetzt nicht mit der schneide macht die mit dem schaufel rücken ich lege mir dann den shop die läuft den löffel hier hin und dann gucke ich halt immer auf dem bildschirm und dann wieder nach draußen auf dem bildschirm und wieder nach draußen also ein bisschen übungssache wie ihr seht jetzt gerade ja vier zentimeter tiefer das ist hier sage ich mal noch im rahmen also ich sehe immer so zu dass ich plus minus zwei hat wenn da jetzt ein oder zwei zentimeter höher oder tiefer steht ist das für mich persönlich wo ich immer sage okay das ist völlig in ordnung das reicht denn das gps hat ja auch eine gewisse toleranz also nur weil da jetzt sage ich mal ein zentimeter höher steht kann das sein dass man heute nachmittag auf dieselbe stelle fährt den löffel hin hält und das gps dann sagt ja drei zentimeter tiefer also man hat mit dem gps gewisse toleranzen das muss man auch immer bedenken das ist hier halt erdbau und da kommt das sage ich mal auf zwei zentimeter nicht darauf an wenn man das jetzt genauer haben will dann gibt es andere lösungen sprich millimeter gps gibt es dann gibt es tachymeter stationen womit die räder fahren laser ist dann auch immer noch genauer kommt dann natürlich auch immer darauf an wie weit man entfernt steht und so was war das das sage ich mal jetzt hier mit dem gps seht ihr ja jetzt der springt auch immer leicht hin und her ein zentimeter höher gut jetzt hat er sich gefangen eben schon noch mal zwei also das ist alles in ordnung vor allen dingen kommt hier auch auf dem ganzen becken noch mal eine 10 oder 20 zentimeter ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher eine polsterschicht mit steinfreien sand drauf also von daher ist das so im rahmen und jetzt sehe ich meine kamera ok schlepper ist da jetzt war ich noch ein ticken weiter vor weil ich hier gleich weitermachen will dann drehe ich mich einmal um und schmeiße neben einmal voll so jetzt wieder das gleiche nach oben die mütze wegnehmen dass man da vernünftig arbeiten kann und dann achte ich persönlich auch immer so ein bisschen darauf dass man immer nur so sagen wir mal 30 40 zentimeter einschneidet das hat halt den vorteil der löffel wird schön gefüllt also das material läuft jetzt hier quasi ja von alleine rein ich muss nur mit dem stiel arbeiten und sobald das halt anfängt sich zu staunen dann ziehe ich einen löffel ein so ist der löffel hat immer gut gefüllt und wie ihr seht beim schwenken fällt halt so gut wie gar nichts ab das ist jetzt hier fast egal weil bei den schleppermulden wenn da mal ein krümel drauf fällt da ist das immer egal aber wenn du jetzt zum beispiel einen sattel lädst und der auf die straße fährt dann hat man meist das glück wenn man jetzt schwenkt und der löffel ist zu voll rutscht das material an der seite runter und haut den die ganzen kotflügel voll mit sand das findet der fahrer man nicht so geil weil da muss halt einmal die maschine sauber machen und manchmal hast du das glück dass da ein stein drinne liegt der haut den auf dem kotflügel ja und schon hast den schaden verursacht also da ist es so das sind so die kleinigkeiten sag ich mal bei den schleppermulden warum man eigentlich nicht so viel beachten die sind da wie gesagt sehr gnädig da muss man nur immer darauf achten dass der schlepper auf der hinterachse genug gewicht kriegt das heißt die mulde muss vorne schön beladen sein und der rest halt nach hinten einmal glatt streichen zweimal hupen dann weiß er bescheid und dann geht er los hier seht ihr wieder jetzt bin ich hier genau auf diesem knickpunkt auf diesem scheitelpunkt wo die böschen gegen diesen gefälle wechsel hat da setze ich jetzt immer an gucke links auf den löffel draußen auf das drittel was quasi über die über das fertige rutscht dann schaue ich immer hier rüber jetzt sehe ich da 223 zentimeter dann arbeite ich mit mit der schwenkschaufel immer steuer die so ein bisschen kippt die ein bisschen gegen jetzt sehe ich 34 ok dann muss ich noch mit dem ausleger weiter runter drücken 12 das ist in ordnung und jetzt merke ich schon wie der löffel also dass das fühle ich jetzt halt wie der löffel über den sand hinten schon drüber gerutscht ist deswegen habe ich jetzt schon wieder fünf zentimeter 45 cm zu viel da muss ich halt einmal rausnehmen wegziehen und dann fahre ich meistens noch so einen kleinen ticken wieder zurück setzt den löffel da wieder an wo ich gemerkt habe aber passte das noch nicht so ganz und dann sehe ich hier 34 ok dann drücke ich den rein gucke immer jetzt gucke ich eigentlich fast nur nach draußen schaufen bildschirm ok bei 1 zentimeter ist in ordnung sondern ziehe ich den weiter bis ich unten bin und hier unten ist also eine gerade die nehme ich dann gleich im nächsten schritt weg also man baut sich quasi diesem modell entlang immer stück für stück voran das ist eigentlich so so meine herangehensweise also ich sag mal jeder hat da so es gibt kein richtig und falsch jeder macht das so wie er das so richtig hält ich zeige euch jetzt hier halt quasi meine variante wie wie es für mich am einfachsten ist andere sagen würden jetzt sagen ja ich mache das so und so aber das ist halt so wie ich das jetzt persönlich bauen würde und ich denke mal jetzt wenn man das wenn ich das jetzt nicht alles geschnitten hat mein gelabere dann merkt man auch ganz gut okay die abstände von den von den schleppern die hier kommen das ist eigentlich ganz stabil das ist ganz in ordnung man merkt immer ich hau die eben ordentlich voll dann habe ich immer so eine minute oder vielleicht auch zwei ich achte da jetzt wie gesagt auch nicht so drauf wo ich immer in anführungszeichen leerlauf habe also wo kein schlepper da ist und diese zeit stehe ich halt nicht rum die nutze ich dann halt um um das feine planung nachzuziehen und das ist so so meine meine arbeitsweise ich denke damit kommt man ganz effizient durch die gegend oder also so hat man eine gute auslastung so wie jetzt jetzt habe ich immer für meinen kopf entspannung weil die dieses massenausbau garnier was ich jetzt gerade ja mache ist es ja ich muss selber zweieinhalb bis drei meter tief erstmal wegnehmen das ist halt für den kopf für mich ist das richtige entlastung also hier bräuchte nicht viel nachdenken schmeißt den trecker voll wenn dann berg drauf ist streichen wir den eben glatt dass sozusagen die ladungssicherung hupen zweimal fahrer weiß bescheid und der fährt los wie gesagt für mich ist das hier dieses dieses laden ist immer so diese zwei minuten wo ich meinem kurz meinen kopf rein kriegen kann weil das hier ist jetzt also es ist es ist jetzt nicht super anspruchsvoll sag ich mal dieses modell oder dieses becken auszubaggern aber es sind ein paar paar wie man ja gesehen ein paar wöschungswechsel drin ein paar neigungen so ein paar kleinigkeiten auf die man schon so ein bisschen achten muss aber ihr müsst halt bedenken dass hier ist ein becken und im erbbau sind jetzt sage ich mal ein zwei drei zentimeter toleranz das ist gar nichts also das ist wirklich nichts das ist völlig in ordnung dass hier ist kein plan um wo später asphalt drauf gebaut wird oder sowas da reden wir von ganz anderen toleranz also wie gesagt also mal hier auf diesem becken auch noch mal eine sandfreie schicht eine steinfreie sandschicht drauf kommt von daher ist das schon alles in ordnung so ich ich Freak Hey, let's go Hey, let's go I take the weight off my shoulders As I feel the sky come down on me And I can hold it much longer Let it go so I can be free Let's go Hey, let's go Hey, let's go Kleines Update Das Becken ist jetzt so weit ausgebaggert, wie man sehen kann Also das ist die Erdbauschicht Hier am Ende habe ich jetzt noch eine kleine Rampe drin gelassen Wie ihr sehen könnt, da drin ist Da drin liegt steinfreier Sand Also der Sand Unterscheidet sich halt daran Dass er, wie der Name schon sagt, steinfrei ist Also ich denke, man kann das erkennen Der Sand ist halt, ja, ist schon feiner Da ist jetzt Das ist ganz feiner Spielsand sozusagen Ja, und wie man hier sieht Der Sand, auf dem wir diese Auflastung gebaut haben Hier sind halt Gut, das jetzt nicht Aber ab und zu halt so Steine drin Das ist ja ganz natürlich Und ja, für manche Erschließt sich das nicht so ganz Warum man jetzt Sand auf Sand baut Aber wie gesagt Das dient halt als Polsterschicht Weil Ich muss jetzt hier einmal rumgehen Komplett diese ganzen Böschungen Alles hier einmal Komplett mit Sand andecken Und die Sohle hier unten Die auch nochmal mit 10 cm Sand bedecken Denn hier kommt später eine Folie drauf Also eine Abdichtungsbahn Und die muss auf halt Ja, auf diesem Sand hier Wird die halt gelagert Damit, also falls irgendwelche Reibungen entstehen Oder so Dass die Folie nicht beschädigt wird Deswegen baut man da nochmal So eine Polsterschicht ein mit Sand Ja, das ist jetzt der Plan Ansonsten denke ich Kann man es ganz gut erkennen Das Becken ist jetzt so weit ausgebaggert Also wie das mal später aussehen soll Ja, oh, ich denke Den Unterschied kann man erkennen Von dem Steinfreien Sand Also ich habe jetzt hier einmal nur Die ganze Böschung angedeckt Außer natürlich hier die Ausfahrt Das wird dann Das wird dann quasi In einem Stück Wo ich dann bin ich Also die Sohle hier angedeckt habe Die Sohle Wird mit einem Laser abgezogen Also da steht dann einer Mit einem Rundumlaser hinterher Das mache ich nicht mit GPS Weil das GPS hat halt Toleranzen Hatte ich ja schon mal gesagt Und die Sohle muss schon ziemlich genau sein Deswegen machen wir das mit einem Laser Und ja, ich war heute hier erstmal nur alleine Hab wie gesagt ein bisschen aufgeräumt Und deswegen machen wir das am Montag Am Montag wird dann die Sohle abgezogen Mit dem steinfreien Sand Und wenn ich dann quasi da an der Rampe angekommen bin Baue ich mich gleichzeitig raus Ich nehme die Sohle bis vor die Rampe Ziehe ich die hin Dann nehme ich die Rampe raus Lade den Sand weg Und dann wird die Böschung mit dem steinfreien Sand angedeckt Und der Rest hier unten von der Sohle Und ja, dann werden hier Rohre noch gelegt Weil hier kann man es vielleicht noch erkennen Da wird dann angeschlossen Angebunden an den Schacht Ja, der Auslauf Das Böschungsstück Da haben wir heute Beton rum gemacht Weil wie gesagt Hier kommt ja diese Folie rein Und die brauchen da so einen Betonkranz Drumherum Kann man denke ich ganz gut erkennen Wo dann die Folie befestigt wird Ja Dann kommen wir hier Stand Drieb 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020